Hi, mein Name ist Tarek Thuner. Ich freue mich, Sie in unserer Ausstellung oder individuell vor Ort beraten zu dürfen. Ich bin stolz darauf, Ihnen hochwertige Fenster und Haustüren anbieten zu dürfen, die nicht nur funktional sind, sondern auch ästhetisch ansprechend. Persönlich lege ich sehr viel Wert auf die Zufriedenheit meiner Kunden. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen die perfekte Lösung für Ihr Objekt finden.